Sieben Vize-Europameister 2008 geworden und dann hört sich das natürlich immer so ein bisschen an, als wären außer uns keine Leute bei der Europameisterschaft, aber das ist nicht so. Es waren letztes Jahr 170 Teams in der Tschechischen Republik aus zwölf verschiedenen Nationen und dieses Jahr ist die Europameisterschaft in Deutschland und zwar am 29. und 30. August.